Gut, und wenn du hier bist, erst mal nichts drücken. Okay. Meine Maus weg. Meine Hand von der Maus weg. Ja, okay, so stimmt es jetzt auch nicht. Aber wir halt tun, wenn wir weiter jetzt auf dem anderen Planet werden. Ich bin gestorben. Hä? Hä? Was war das? Hä? Wie jetzt? Was war das denn? Habe ich uns beide umgebracht, oder was? Was hast du getan? Ich bin geflogen. Wie kann ich meine Sachen jetzt haben? Äh. Ah. Ich bin gestorben wegen dem Wolf. Tja. Mann. Ja, der Groß ist ein bisschen zu groß. Holy shit. Oh. Ich habe mein Jetpack nicht aufgeladen. Au. Au. Upsi. Pfff. Pfff. Upsiii. Upsiii. Also. Wollen wir es mal versuchen? Soll ich dich mal los machen? Ja. Sicher? Okay. Ja. Jetzt fliegst du mal vorsichtig mit dem Wolf. Ohohohohoho. Sehr krasse Sens. Heilige Scheiße. Also du hast nicht viel Batterie. Du musst dir den Rohr mal hier oben jetzt dran fliegen. Andere Seite ist das. Uuuuuh. Jetzt kannst du mit E und D einfach lenken. Wann? Jetzt ist er an der Base fest. Ach. Normalerweise. Huch. Jetzt kriegst du... Das war der Gewinn. Es geht dran, komm ich. Also gehst du... Wir können versuchen, nochmal den Bohrer abzumachen. Okay. Inventory full. Inventory full. Inventory full. Warte mal. Ja, nee. Oh. Ich... Ja, der ist verloren, komm ich auch nicht. Neun. Oh. 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 Ohohohoho. Pass auf, pass auf, pass auf. Ey, er fliegt wieder. Oh mein Gott. Er war wirklich zu schwer einfach. Heizt er. Ich flieg erst mal nach Hause und... Und nach hinten volle Kanne gezogen. Das hab ich vorher auch die ganze Zeit gemacht. Oh mein Gott. Alles ist am Rauchen und macht Blitze, Junge. So geil. Ich will mir jetzt auch mal ein kleines Schöpfchen bauen. Mach mal. Oh, ich seh gar nix. Hilfe. Was machst du? Johoho, ich will ein kleines Schöpfchen bauen. What the fuck? Was braucht Strom? Zu viel. Oh. 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 Jetzt haben wir keinen Strom mehr. Äh, es tut mir leid. Ich wollte nur die Lampe abbauen. Dann war das ganze Gerüst weg. Ich weiß jetzt nicht, was ich gerade gesehen habe. Ob das dein Rucksack oder deine Leiche war. Keine Ahnung. Oh. Du hast mich umgebracht. Entschuldigung. Mein Herz. Alter. Wollt landen. Also fliegen. Na komm schon. Baum. Ja, nein, 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 nein. Ich wollte durch die T-Map. Oh mein Gott, der flucht. Oh. Ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Justin, alter. Der Auspackkönig. Lass ich noch kurz hier die, so ein weiteres Dings weitermachen. Weil dann hat die Raffinerie alle vier. Mann, jetzt hast du sie rausgenommen. Was? Oh, Mann. Ja, ich gehe rein, drücke im Ausrad und... Ja, deswegen. Ich gehe die ganze Zeit manuell rein und schaue, dass ich deine Sachen nicht mitnehme und nur die Sachen nehme, die ich brauche. Ja, stimmt. Und dann sehe ich, ah ja, es ist gleich fertig produziert. Alles weg. Was ist passiert? Was war das? War nur meins. War nur mein Solar. Warst du? Wie du direkt stresst, Alter. Oh, oh, ey. Das ist geil. Wir haben noch 17. Prozent. Bin da. Oh. Oh. Ich werde hin und her geschleudert. Echt. Weiter, 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 weiter. Bin ich herangedockt? Ne, ich bin stuck. Ein bisschen runter. Ein bisschen noch. Ah, das war zu viel. Geht das überhaupt? Ah, jetzt. Ja, jetzt ist es grün. Ich sitze. Juhu. Oh, oh. Ich bin tot. Doch nicht. Oh. Ich habe kein Gas mehr. Ich auch nicht. Oh, du hast mich getötet. Nein. Nein. Oh, Mann. Oh, Mann. Bist du gestorben? Ich bin gegen dich geflogen und gestorben, hä? Wenn du schon mal hältst. Oh, immer Batterie. Oh, war nicht auf Aufladen. Ja, gut. Hä? Wieso? Da stand gerade Auto dran. Your health is critical. Oh, schrei mich noch mehr an. Alter. Your health is critical. Oh, hat sie mir gerade ins Ohr geflogen. Au. Oh, Gott. Mann, warum machst du das? So, die ganze Zeit. Was? Du bist bei mir nicht geflogen. Das ist... Nein. Doch. Ich stand in der... Ich stand in der Luft und du hast mich erwischt. Ja, du bist bei mir voll gegen mich geflogen. Das ist eine Lüge. Dann würde ich gegen dich geflogen. Ich mach... Du musst hoch. Ich bin doch gar nicht da. Ja, du machst es... Weil du da reingegangen bist. Bin ich nicht. Warum sind die an, die Scheißrede? Ich hab die ausgemacht. Ich fahr nicht mal in der Nähe davon. Ich auch nicht. Hä? Ich saß nur in der Station. Jo, was machst du? Junge. Flieg mal gerade. So, der ist ready. Schafft er aber nicht. Das war echt... Wow. Oh, Junge. Wohin? Wohin mit dir? Du hast es in die Schrottpresse reingeschmissen, Alter. Nein. Ja, jetzt dürfen wir es auf jeden Fall neu bauen. Junge, du hast ein Schweißgerät mit doppelter Power, Alter. Und du fliegst erst mal nach Tebuktu. Oh nein, ey. Warum sind die Kreise irgendwie überhaupt noch an? Oh. Was war das? Oh. Scheißegal, oder? Also, du hast gerade dein Farmer zerstört und damit mein Solarpanel mitgenommen. Wollen wir jetzt neu starten? Nein, scheiß drauf. Wir fliegen jetzt hoch, holen uns Uran und dann brauchen wir eh keine Solarräder mehr. Solar, Solarräder. Solar... Dings da. So, Gott, dein Dings, dein Start. Fangen wir mal. Ja, Gott. Enemy Detected. Wat? Was? Enemy Detected? Ich glaube, es ist so. Das sagt mein Schiff. Warning, Enemy Detected. Jetzt piept's. Schatz, bin nur ich. Okay. Geil, 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 geil. Ach, fertig. Ich höre gar nichts, es ist so laut. Da ist ein Asteroid. Hier, ein Asteroid! Jo, wir sind viel zu schnell. Was passiert, wenn man zu viel am Handy am Steuer ist? Holy shit. Juge. Oh. Sind wohl nur nicht so nah an der Erde, sondern ein bisschen weiter. Da sind zwei Uranquellen. Wo bist du, wo bist du? Komm rein. Ich fliege hin. Ich auch, aber mit meinem Flugzeug halt. Ja, ich fliege mit meinem Jetpack da hin. Wir wollen traden, Leute. Ja, das ist ein riesiges Schiff. Echt? Ja. Hat Raketenwerfer und so. Wow. Es fliegt an uns vorbei. Schade, dass hier alle Waffen aus. Die haben Waffen. Die haben richtig viele Waffen. Aber ich glaube, man kann auch nicht rein. Ja, du hast Zugriff erweigert. Wahrscheinlich. Ich sehe halt keinen Eingang. Das ist jetzt das Problem. Oder er ist stehen geblieben. Oh, oh. Ich habe keinen Eingang. Alter, was ein geiles Schiff. Zugriff erweigert, ja. Was denn? Justin! Ich kann wirklich nicht rein. Er hat Zugriff erweigert. Horace! Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, süß. Junge, dieses Schiff ist so geil. Es ist so klein, aber so gut. Das ist so gut. Oh, oh. Oh, oh. Das ist ein... Nein, das ist ein Retriebwerk. Es brennt. Warum ist das so scheiße? Jetzt ist es wirklich am Arsch Wie geil das bei mir aussah Am Tag am Tag Hast du auch die Explosion von deinem AI Schiff? Ist das normal? Mein AI Schiff? Was macht Explosionen? Oder was macht diese Explosionen? Ah ne das ist hier unten, das gelbe Die Antenne ist Das Schiff rollt noch Ach so, wow Das rollt einfach den ganzen Berg runter Johoho Jetzt gleich nochmal Ohohoho Nein, ich kann sie nicht halten Ohohoho Ja gut Lass mal reparieren, oder? Oh mein Gott Nein, ich bin gestrandet Klasse Explosion Alter Mal bitte aus welchen Lücken der besteht Ohohoho Mein ganzes Zimmer war hell Junge, was war das? Was? Ah What the fuck? What the fuck? Wie hell alles kurz geworden ist Oh jetzt Flick's jetzt Ohohohoho Alter Insane Ohohohoho Ohohohoho